XO, lass uns nicht los, bitte nicht! Nein, bitte nicht! Der Pool ist so schmutzig! Tschüss! Lass uns hier raus! Lass uns hier raus! XO, ich will wieder raus! Was bist du? Guckt durch den Pool heraus! Der ist der Kalt von Löwen dabei! Und XO lässt uns nicht mehr raus! Was willst du von uns? Ich will immer noch den Pool! Die können uns doch den Pool teilen! Hier! Wir haben die Kälte! Nein! Warte jetzt! Wie, 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 wie? Ich weiß gar nicht, was ist jetzt los! Die kommt gleich wieder mit irgendeiner Challenge, Mann! Lass uns hier rein und lässt uns nicht mehr raus! Lass jetzt mal einen fetten Like da und schreibt das Grün in die Kommentare! Grün! Grün wie die Farbe! Jetzt das Becherspiel! Was sollen wir machen damit? Ihr dreht euch um! Ich versteche den Becher im Pool! Ihr müsst die suchen! Okay! Wir sollen uns umdrehen! Sie wirft den Becher rein! Und wer den Becher als erstes in diesen coolen Pool findet, gewinnt! Und was gewinnt man XO? Was gewinnt man? Alles klar, das sehen wir später! Okay! Aber schau mal Tom! Wie sollen wir das hier finden? Ein durchsächtigen Nerfbecher! Und das ist ja alles trüb! Es kann ewig dauern! Auf mein Zeichen! Okay! Ich hab den Becher gehört auch! Dann würde ich mal sagen, auf dein Zeichen! Los! Los! Hey! Ich hab den Flex! Ich hab den XO! Was hab ich jetzt gewonnen? Wie? Jetzt die zweite Runde! Let's go! Let's go! Los! Hä? Wo ist der Becher? Warte doch! Ich hab... Nein! Ist das ein Stein? Nein, nein, nein! Oh nein! Okay! Stand 1 zu 1 XO! Und jetzt? Gib her! Gib her! Bei 1 zu 1! Kann ich mal sagen? Den Stein machen wir raus, Mann! Das tut ja richtig weh, Mann! Es ist 1 zu 1! Setz unten! Die Runde entscheidet, Mann! Okay! Auf dein Zeichen ich so! Moment! Und... Los! Hey, Mann! Hey! 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 Hyah! Hey! Achtung! Er ist weg! Ich... ich kann ihn denn... Er ist weg! Ha! Ya! Ich habe ihn vielleicht... Ich habe ihn auch schon! 1 zu 0 für mich Freunde, das ist doch mal ein fetten Like da für uns beide, was wir, Kain und Flexi. Und vergiss nicht, schreib Grün in die Kommentare, es wird richtig krass noch, bleibt auf jeden Fall dran, man. Pool ist eiskalt? Warte, ich so hat was zu sagen. Schluss mit Lustig, Kamenware zu Spiel Nummer 2. Was? Zweite Spiel, was könnt ihr spielen? Flexi, was wird immer geklärt? Wir müssen spielen, weißt du warum? Sie lässt uns ja nicht aus dem Pool raus, wir wollten rausgehen, sie schuckt uns wieder rein. Wir haben ja gesagt, wir können den Pool teilen, genau damit, aber es ist nicht, auf einmal sind wir drin und sie ist draußen und lässt uns einfach nicht in Ruhe. Egal, abwarten. Gebt einen Daumen nach oben, dass sie uns endlich aus diesem Pool raussetzt, jetzt ist ein Gefängnis, das war unser Glückspool und jetzt ist es ein Poolgefängnis. Stinke, Pupsi, Kaka Gefängnis, man, das riecht so ekelhaft, wir dürfen nicht raus. Reise nach Jerusalem. Reise nach Jerusalem, man, wie geil ist das denn, Alter, Flexi, ein Stuhl, eine Reise, Jerusalem, man. Kamen, was machst du da? Reise nach Jerusalem, Spiel Wies, XO, XO, Mächte. Ja, das Spiel ist zwar lustig, aber nur weil es XO sagt, sollen wir es dann machen? Wacht doch mal auf, geht mal jetzt einen Daumen nach oben, dass Kamin aufwachen soll. Reise, Flexi, warum hören wir überhaupt auf XO, Mann, das ist die Frage. Hier, XO, du kannst deinen Stuhl wieder haben, Mann, du brauchst nicht. Was soll das? Wir spielen nicht mehr deine Spiele, jetzt wird's mal raus. Du kannst den Pool haben, wir können uns teilen, wenn die Gemeinschaft macht. Nein, nicht Keiler. Ich will den Pool für mich alleine. Wir den alleine haben, ist ja klar, weil wir keinen Nutztteil, das ist unser Pool. Im Hauptpartier. Wir leben, die sich wohl auch mal in der Tür ist. Wie ihr wollt. So. Was geht jetzt auf? Und was will passieren? Was soll passieren? Ich komme und mach euer Pool. Hä, weißt du was? Dann soll es ihr doch machen, Mann. Doch, wir glauben, es ist mir egal, was du machst. Das ist unser Pool, der gehört, was wir und Kamin und Flexi. Weißt du was? Hau ab und komm nie wieder, komm nie wieder. Ich schwör's dir. Flexi, beruhig dich doch mal ein bisschen, Mann. Wieso denn? Jetzt halt doch mal ganz ehrlich, die nervt uns jetzt tagelang, wochenlang, monatelang. Und das ist unser Pool. Es ist doch einfach jetzt mal genug. Deine ganze Energie, die du hast, die kannst du viel besser bei der NDBL 2022 einsetzen, Flexi, Mann. Das stimmt, weil da brauche ich die volle Energie. Und es geht um alles, es ist das finale Match, Leute. Das finale Spiel, das allerletzte Spiel. Sollten wir dieses Spiel gewinnen, gewinnen wir das ganze Turnier. Ja, das wird das spannendste Spiel sein. Dann kriegen wir den richtig krassen Pokal, Mann. Pokal können wir gewinnen. Aber dafür müssen wir trainieren. Wir müssen nämlich für die Nerf-Dart-Plasse-Liga 2022 vorbereitet sein. Und deswegen abonniert jetzt mal den Kanal von der NDBL. Den findet ihr in den Kommentarangebiet. Und hier oben auch. Da oben, überall draufklicken, die NDBL abonnieren. Das letzte Spiel, das ist das letzte Spiel überhaupt. Und ihr kennt doch alle Marc von Togo, oder? Ja. Marc von Togo. Der wartet schon seit einer Stunde auf uns. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt hier raus, lassen XO planen, was ihr will. Genau. Und dann springen wir nach Frankfurt. Wenn das Turnier gewinnt, es wird so krass. Drei, zwei, eins. Wow. Wir sind hier angekommen in Frankfurt bei der NDBL 2022. Und wir sind das Team Dino-Claw. So, Marvin blockt. Der eine oder andere kennt ihn von euch von Brawl Stars. Richtig, richtig geil. Checkt ihn mal ab. Und der geile Marc. Was wir lieben. Ihr kennt ihn sicherlich aus dem TV. Er hostet heute die Show. Er ist unser Moderator. Ihr dürft das auf keinen Fall verpassen, Freunde. Richtig geil. Danke, dass du da bist. Immer. Marvin, Doktor, Flexi, wir rocken die Show heute, oder? Auf jeden Fall. Aber wir können das nur rocken, indem wir trainieren gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher. Wir sehen uns später. Und ich zeig euch jetzt noch alles richtig Krasses. Haut rein. Bis bald. Hier, Power Magazine. Power. 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 Dr. Marvin und wir werden kurz trainieren. Let's go. Bis dann. Bleibt unbedingt dran. Ihr müsst mit dabei sein. Ihr dürft nichts verpassen, um das zu tun. Glocke klicken, Kanal abonnieren. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Weiter 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 weiter. Weiter 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 weiter. Ein Becher. Der ist der Ball. Mann, war das nicht ein richtig krasses Duell? Ey, das hat richtig viel Spaß gemacht. Abonniert jetzt übrigens nochmal den Kanal von der NDBL. Den Link dazu findet ihr hier unten in unserer Beschreibung. Klickt drauf und abonniert es euch. Keine Eben, oder uns zu überfassen. Ihr lasst ein Like da, so ein Wahnsinns-Tag, Mann. Flexi, Mann, das war so Hammer, dass wir sofort zurück ins Hocken-Konfer gehen. Wir müssen schon, ich bin so fertig. Ciao, macht's gut. Wahnsinn, war das ein richtig cooler Trainings-Fakur bei dem offiziellen Nerf-Dart-Blaster-Liga-Trainings-Fakur in Frankfurt. Wir müssen aber auf jeden Fall jetzt hier noch weiter trainieren, weil es geht hier um diesen Pokal. Darf man ihn schon wissen, obwohl wir ihn noch gar nicht gewonnen haben, Leute? Es ist das Finale. Wenn wir das gewinnen, gewinnen wir auch diesen NDBL 2022 Pokal. Deswegen geht ihr unbedingt auf den offiziellen Nerf-Teamsport-Kanal. Den findet ihr hier unten angepittet in den Kommentaren oder ersten Link in der Beschreibung. Und abonniert ihn. Das ist unser erstes Finale. Oh mein Gott, Flexi, lasst uns jetzt trainieren, damit wir diesen Ding nach Hause holen, Mann. Wir werden jetzt einen Turm aus Bechern bauen und den danach runterblastert, Leute. Das ist nämlich das beste Training, weil bei der NDBL geht es darum, Becher runter zu blasteren. Zielgenauigkeit ist sehr wichtig. 60 Sekunden, Leute. Jeder Becher zählt, das wisst ihr. Und deshalb müssen wir das Ganze hier noch einmal richtig trainieren, dass es auch wirklich funktioniert. Deswegen, Leute, los geht's. Soll ich dir mal die Zielgenauigkeit demonstrieren, Flexi, was wir vorhin gelernt haben in Frankfurt? Aber gerne doch. Wie wäre es denn von dem Turm hier den gelben Becher? Ganz oben, Flexi. Den musst du blastern. Wer hat hier die Hälfte der Becher runter? Das ist einfach der neue Ultraman. Select ist nice. Aber wir müssen noch weiter trainieren, weil wir wollen die Besten sein. Auf geht's, Flexi, los geht's. Wow, da bleibt kein Becher trocken, meine Freunde. Deswegen, auf zur zweiten Runde. Unser Nerfbecher-Turm ist fast fertig, Flexi. Zweite Runde, nicht schlecht. Auf geht's. Bist du bereit, Flexi? Ja, Mann. Natürlich bin ich. Nein, Mann. Ich so. Wow, was machst du hier? Kommt vorbei, Mann. Ich komme und mach euch Puh kaputt. Oh mein Gott, es geht los. Sieh ich wieder da? Ganz genau. Halte ich's auf. Stopp, wir gehen in den Pool, aber lass uns bitte noch umziehen. Wollte ich in den NDB-L-Klamotten in den Pool und du musst dich doch auch noch umziehen. Okay. Okay, mal hin, ey. Auf drei. Ja. Eins, zwei, drei. Perfekt, sind wir alle angezogen. Wunderbar. Hey, hey, mach doch nicht so ein Strich. Wir gehen ja schon mal. Warte, warte, bloß uns nicht reinzupfen. Geh freiwillig. Wir gehen, wir gehen. So, du bist echt sehr freundlich mal wieder. Hey, Junge, Junge. Und was willst du jetzt von uns? Ich will den Lüttel. Nein, wir werden unser Pool zerstellen, Flexi. Oh mein Gott, 10.000 Liter Wasser. Nein, bitte. Bitte nicht, ich schenke dir den Pool. Du kannst ihn haben, aber es zerstört nicht. Schreib jetzt noch mal grün in die Kommentare, damit ich's unser Pool nicht zerstört. Was machen wir hier? Was passiert hier? Was machen wir? Habt ihr ein Plaster da? Schreibt mir die Kommentare. Okay, hopp jetzt! Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich weiß es! Ich weiß es nicht! Nein! Schau dich bis dann! Halt noch zu! Halt noch zu! Halt noch zu! Gib den Daumen noch an! Schau dich das an! Machs gut! Wir machen den Pool kaputt und gehen einfach flächen! Was ist das? Wie soll das gehen? Wir haben was geschafft! Der ganze Pool ist kaputt! Ist alles kaputt! Ist alles kaputt! Ist alles kaputt! Unser Pool! Unser Pool! Einmal Spaß! Guck mal Flexi! Du bist ja wie ein Stopfel! Ja bleibst du dann kann ich wieder schwimmen! Du schwimm Flexi ich rette unseren Pool! Haben wir noch Platz! Danke Kaelin! Nein du darfst nicht kommen! Dann geht doch alles wieder weg! Oh mein Gott! Was gehts hier ab Leute! Guckt euch das jetzt an Flexi! Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Ich schwimm hier! Was habe ich so getan? Leute! Ich werde unseren Pool zerstört! Nein das hat sie noch nie gemacht! Sie war noch nie so böse! Und hat sowas kaputt gemacht! Dieser Pool! Der war so teuer! Bitte bitte! Ich gebe jetzt noch einen Daumen nach oben! Der Pool war so teuer! Ja! Ich gehe so lange noch eine Runde schwimmen! Solange es noch geht Flexi! Freunde wir genießen jetzt noch das letzte Mal Pool! Ich bin richtig traurig man! Aber vergesst nicht! Klickt jetzt hier oben rechts drauf! Und schaut euch unser NWBL Match an man! Das ist das Finale überhaupt! Wenn wir dieses Match gewinnen! Gewinnen wir das ganze Turnier! Und ich bitte euch lasst ein Like da! Bei diesem Match! Und schreibt was wir in die Kommentare! Also ihr geht zum Match rüber! Und wenn ihr auf den Match schaut! Schreibt unter den Match! Bei NWBL was wir rein! Weil wenn wir gewinnen! Sind wir die Sieger dieses Jahres! In 2022! Flexi mal dabei! Der Pool war ein bisschen schmutzig! Und nicht nur das! Wir müssen sogar das Turnier gewinnen! Weil dann können wir uns einen neuen Pool kaufen! Das ist echt so Leute man! Wir verabschieden uns von euch! Wir genießen jetzt noch die letzten Minuten! Das war unser Pool! Oh mein Gott man! Sommer ist vorbei! Pool ist vorbei! XO hat alles kaputt gemacht! XO wird das zurückbekommen! Und in der nächsten Folge! Gibt es einen Daumen nach oben! Wenn die XO richtige Rache bekommt! Und wir werden diesen Pool-WR-Ding in der nächsten Folge! Schreibt es auf jeden Fall ein! Und wir sind mal auf jeden Fall! Wir sind mit denen von der Zeit aus! Wir sind mit der Zeit abglaubt! Und wir sind mit der Zeit habe zurück! Oh mein Gott Oh mein Gott! Wir sind mit der Zeit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind mit der Zeit aus! Und wir sind mit der Zeit am Tag allen! Untertitelung des ZDF, 2020